Hi, ich bin Marc und heute habe ich mal wieder einen genialen Thriller für euch. Dead or Alive von Tom Clancy und Grant Blackwood. Also nicht Clancy alleine diesmal. Mittlerweile habe ich gesehen, dass ihr euch lieber nur die Versionen ohne Spoiler anseht. Ich schätze dann mal, die Mehrheit von euch möchte die Bücher, die ich hier vorstelle, dann doch noch lesen. Daher gibt es ab sofort nur noch eine Kurzvorstellung ohne die ganzen fiesen Spoiler. Aber worum geht es in dem Buch heute? Der Krieg gegen den Terrorismus ist ja ziemlich weit von einem Sieg entfernt. Doch scheint dieser Kampf für US-President Clancy, den Nachfolger von Jack Ryan im Oval Office, keine Priorität zu besitzen. Der Emir, ein weltweit vernetzter Terrorist, der hinter den schändlichsten Terroranschlägen auf die westliche Welt steckt, konnte trotz vereinten internationalen Bemühungen bislang nicht dingfest gemacht werden. Und er plant weitere perfide Anschläge, die Amerika destabilisieren und das Grauen vom 11. September sogar noch übertreffen sollen. Und jetzt ist ihm der Campus, eine geheime Antiterroreinheit, die du aus dem letzten Video kennst, auf der Spur. Im Verein mit den Neuzugängen John Clark und Ding Chavez erhält Jack Ryan Jr. den Auftrag, den Emir herbeizuschaffen. Tod oder lebendig. Und wie jeder andere Jack-Ryan-Roman ist auch dieser absolut spannend. Und wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, kann ich euch echt nur empfehlen, den jetzt doch mal zu lesen. Vor 30 Jahren war Tom Clancy noch ein Versicherungsmakler in Maryland mit einer Leidenschaft für Geschichte der Marine. Aber er hatte schon immer davon geträumt, einen Roman zu schreiben. Und gleich sein allererster Versuch, Jagd auf Roter Oktober, katapultierte sich auf die Bestsellerlisten der New York Times. Und von diesem Tag an etablierte sich Clancy als unbestrittener Meister darin, außergewöhnlichen Realismus und Authentizität, komplizierte Handlungen und messerscharfe Spannungen zu verbinden. Er starb leider im Oktober 2013. Und Grant Blackwood ist Autor der Bücher von Briggs Tanner und zusammen mit Clive Kassler, Co-Autor von Lost Empire, Spark and Gold und The Kingdom. Er hat eben auch gemeinsam mit Tom Clancy dieses Buch, Dead or Alive, geschrieben und schreibt jetzt nach dem Tod von Clancy an der Seite von Mark Greeney, Romane in der Tom Clancy-Reihe. Blackwood ist ein Veteran der US Navy, der in Colorado lebt. Und wenn ihr jetzt noch weitere spannende Bücher kennenlernen wollt oder ein paar Clancy's verpasst habt, findet ihr mein nächstes Video direkt hier im Endscreen. Ich sehe euch gleich da. Bis gleich.